Wir sind live, schönen guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ROCK TV. Ja, ROCK TV, willst du werden gescheit und schlau, schaust am Sonntagabend ROCK TV. Herzlich willkommen, jeden Sonntag ist es soweit und auch heute wieder bei einem Kaiserwetter. Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr konntet die feinen Sonnenstrahlen genießen. Ich habe für euch heute wieder ein richtig feines Thema mitgebracht. Mein Name ist Chris Rock-Rohrhofer, Gründer und Inhalter von ROCK Sports. Die feinste Sportnahrung in Bio-Qualität, die gibt es bei uns. Mir ist es aber nicht nur wichtig, die feinste Sportnahrung zu präsentieren, sondern eben auch das Wissen rund um das Thema Ernährung, rund um das Thema Mindset und Co., damit man das auch bestmöglich einsetzen kann. So, jetzt schauen wir mal. Ich sehe wie immer nur eine kleine Ziffer, wer heute mit dabei ist. Ich freue mich über ein kleines Hallo und von wo ihr heute zuschaut. Ja, ich bin heute, wie man so schön sieht, im feinen Rockstudio. Und das Thema, das ich heute mitgebracht habe, ist entstanden, so wie die meisten Themen bei RockTV, aus Fragen, die ich regelmäßig zugesendet bekomme. Und da möchte ich euch heute einen sehr wichtigen Sattmacher vorstellen. Ich nenne ihn jetzt einmal so, für die, die sich die Beschreibung vom Video schon ein bisschen angesehen haben. Ein Sattmacher, der vielerlei Hinsicht unterschätzt wird. Und warum das so ist, möchte ich euch jetzt im Zuge des Intros kurz beschreiben. So, schauen wir mal, wer heute mit dabei ist. Die liebe Angelina schreibt schon. Hallihallo, liebe Angelina, schönen guten Abend. Freut mich, dass du dabei bist. Übrigens, für die, die RockTV in der Aufzeichnung anschauen, und das sind der Großteil, was man in den Aufzeichnungen so sieht, die RockTV-Folgen, die gibt es nicht nur hier auf Facebook, sondern die gibt es auch ein paar Tage verzögert dann auf dem Rocksports YouTube-Kanal. Dort könnt ihr euch das in Ruhe dann anschauen. Und zweiter Punkt, zu den jeweiligen RockTV-Videos gibt es noch ausführliche Blogbeiträge und das Ganze auf der Rocksports-Webseite. Das heißt, für die, die sich weiter informieren wollen, da gibt es noch weitere Möglichkeiten. So, die liebe Nicola ist heute auch mit dabei. Dann der feine Roland. Hallihallo, schreibt er. Der feine André ist auch mit dabei. André, ich habe heute schon eine richtig coole Story von dir gesehen. Ich hoffe, euch allen geht es gut. So, aber jetzt starten wir direkt los, hätte ich gesagt. Das Thema Sattmacher ist deshalb wichtig, nicht nur für mich beispielsweise im Rahmen von Wettkampf-Diäten. Für die, die mich regelmäßig begleiten, die kennen das. Wenn ich mich auf einem Powerlifting, auf einen Kraft-Dreikampf-Wettkampf vorbereite, dann steht vorher in der Regel eine Wettkampf-Diäte am Zettel, damit ich in meine entsprechende Wettkampf-Gewichtsklasse reinpasse. So, das ist jetzt einmal eine wettkampforientierte Art, die Diät zu machen. Aber, wenn wir jetzt einfach einmal ein paar Schritte zurückgehen und uns Menschen als Gesamtes anschauen, sprich, wir einen kleinen Blick auf die Statistik werfen, dann kriegt das Thema Diät gleich einen anderen Beigeschmack. Und das möchte ich mit euch heute teilen. Ich habe mich ehrlicherweise selbst ein bisschen schockiert. Warum? Was meine ich? Wenn wir uns die Themen Übergewicht und Adipositas anschauen, Adipositas ist im Grunde nichts anderes wie starkes Übergewicht. Das heißt, Übergewicht ist, naja, wenn man laut BMI der Body Mass Index einfach einen gewissen Bereich überschreitet. Body Mass Index wäre wieder Stoff für eigenes Video. Aber im Grunde ist das einmal ein erstes Indiz dafür. Körpergewicht, Körpergröße, das Ganze bringt man in Verbindung. Und da gibt es einen gewissen Bereich, wo man eher, sage ich einmal, normalgewichtig ist. Und wenn man außerhalb von dem Bereich ist, naja, dann ist man eben im Bereich Übergewicht oder vielleicht sogar starkes Übergewicht, Adipositas. Aber der BMI ist immer mit Vorsicht zu genießen. Warum? Ich bin beispielsweise laut BMI schwer übergewichtig, weil ich halt einfach auf meine Körpergröße sehr viel Gewicht habe. Aber bei mir ist es eben nicht Körperfett, sondern primär Muskelmasse. Und dementsprechend hat der Body Mass Index bei trainierten Sportlern, trainierten Athleten oder Frauen natürlich auch irgendwo die Grenzen. Aber um das geht es jetzt gar nicht. So, und wenn wir uns jetzt die Statistiken anschauen von Übergewicht, von Adipositas, sprich starken Übergewicht, dann gibt es da eine schöne Analyse bzw. eine Statistik aus dem Jahr 2019. Ihr kennt vielleicht das Statistikportal Statista. Und dort findet ihr verschiedenste, relativ umfassende Statistiken, unter anderem eben auch für die beiden Themen hier, Übergewicht, Adipositas. Und dennoch sind die OECD-Länder, das sind 20 Länder von europäischen Ländern bis hin zu Amerika, Mexiko und Co. Wenn man sich da das anschaut, ist der Durchschnitt, und das muss man sich jetzt einmal auf der Zunge zergehen lassen, im negativen Sinne, vom Durchschnitt von diesen 20 Ländern sind 59%, ich wiederhole, 59% der Menschen übergewichtig. Von diesen 59% ist nur ein gewisser Anteil mit starkem Übergewicht, sprich Adipositas. 59% im Durchschnitt. Wir wissen, der Durchschnitt, der klettert alle Spitzen nach oben und nach unten, das heißt, der Durchschnitt ist schon so hoch und 60% sind in Wahrheit, wenn es ihr euch 100 Menschen vorstellt, mehr als die Hälfte ist übergewichtig. Wenn man das Ganze jetzt auf Deutschland runterbricht, sind wir irgendwo bei 60%, das heißt noch ein Stückchen drüber. Wir Österreicher ist jetzt in konkret dieser Analyse nicht mit dabei, ich gehe davon aus, wir sind irgendwo auch bei unseren deutschen Lieblingsnachbarn vielleicht ein bisschen drüber, vielleicht ein bisschen drunter, aber das ist ja eine Regel, dass wir irgendwo in dem Bereich von unseren deutschen Kollegen sind. Dementsprechend mehr als 50%, mehr als die Hälfte aller Menschen ist übergewichtig und man muss sich vor Augen halten, dieser Wert beispielsweise ist in Amerika oder in Mexiko über 70%. 70%, das heißt mehr als 2 Drittel aller Menschen sind übergewichtig. Das ist für mich einfach ein riesengroßer Wert, wo ich mir denke, boah, das ist eine harte Sache. So, in den Kommentaren sehe ich, der feine Alfred ist auch wieder mit dabei, herzlich willkommen, der feinste Schilftachdecker in Österreich. So, jetzt wissen wir mal, okay, sehr, sehr viele Menschen kämpfen mit Übergewicht. Das ist auch einer der häufigsten oder aus meiner Sicht der Hauptgründe, dass die Diätindustrie so stark boomt. Und zur Diätindustrie zähle ich dazu, die Nahrungsergänzungsmittel, so wie es es auch bei Rocksports beispielsweise gibt, Biosportnahrung, die Proteinlebensmittel, aber auch so Themen wie Superfoods oder Diätkurse, Crashdiäten, Saftdiäten, all das, was irgendwie zu dem Bereich dazu zählt, das zähle ich zur Diätindustrie. Und die boomt massiv, weil es halt unendlich viele Menschen quasi gibt, die mit ihrem Gewicht kämpfen. Und wir Menschen wollen natürlich uns wohlfühlen, wir wollen unser Wunschgewicht haben. Völlig egal, ob das jetzt ein bisschen mit Muskeln ist, ob das jetzt einfach definiert ist, aber wir wollen uns vor dem Spiegel, wenn wir im Adams- oder Eva-Kostüm stehen, wo wir sagen, das schaut cool aus, das schaut fein aus. Wir wollen uns wohlfühlen. Und dementsprechend gibt es einfach viele, viele, viele Menschen, die ein Ziel haben. Und die Diätindustrie verkauft es halt sehr, sehr gut, dass man sagt, okay, es gibt dieses Produkt, das man vielleicht der Abkürzung verschafft oder wo ich schneller an mein Ziel komme. Aber ich kann euch sagen, und das sage ich, obwohl ich bei Rocksports Nahrungsergänzungsmittel oder proteinreiche Lebensmittel entwickle, auch die feinste Sportnahrung wird euch nicht dabei helfen, euer Ziel schneller zu erreichen. Denn egal welches Mittelchen man hat, kein Mittelchen der Welt kann einen schlechten Lebensstil, eine schlechte Ernährung, Bewegungsmangel und all diese Dinge wettmachen. Du kannst dir das feinste Rocksports Bioprotein Vanille kaufen mit echter Bio-Vanille aus Madagaskar. Das wird nicht so gut helfen, als dass es deinen Bewegungsmangel oder deine schlechte Ernährung wieder wettmacht. Und das muss uns bewusst sein. Denn am Ende des Tages kommt es auf, hier habe ich es geschrieben, die Grundlagen an. Und das ist im Grunde mal die Einleitung zum heutigen Thema. Und die Grundlagen sind nicht irgendwelche Superfoods und die Grundlagen sind auch nicht irgendein Proteinpulver. Für die, die bei RockTV regelmäßig dabei sind, die wissen, obwohl wir proteinreiche Lebensmittel produzieren, sage ich immer dazu, die Basis von dem Ganzen dürfen nicht solche Produkte sein, sondern die Basis muss eine bedarfsgerechte, gute Ernährung sein, wo einfach die Grundlagen gedeckt sind und dann darüber hinaus kann ich mich mit Sportnahrung beschäftigen. So, und zu den Grundlagen zählen im Grunde genau vier Säulen. Die vier Säulen der Gesundheit. Training, Ernährung, Regeneration und das vierte Mindset hier in der Mitte. Und wir kümmern uns jetzt quasi um dieses Ernährungsthema. Das heißt, mit diesen Grundlagen werdet ihr in der Lage sein, einfach schon einen Großteil dieser Punkte zu erledigen. Und wenn man jetzt die Diätindustrie anschaut, das, was ich aus der Erfahrung der letzten Jahre sagen kann, viele Probleme, die immer wieder auftauchen, sind beispielsweise Heißhunger. Wenn du zu Diva wirst, das sind die typischen Sachen. So, jetzt checke ich da noch einmal kurz, vielleicht könntest du mir ihr ein Feedback geben, ob die Technik soweit steht, denn bei mir, ich bekomme ab und zu die Meldung, dass es ein bisschen ruck hält. Ich hoffe, ihr könnt mich flüssig sehen. Vielleicht könntest du mir da ein kurzes Feedback geben. So, jetzt läuft es wieder, genau. Also diese zwei Phänomene, wie es zum Beispiel der Heißhunger ist, wenn du wieder mal zur Diwa wirst, vielleicht kennt der ein oder andere diesen Moment, wenn man einfach an Kohlenhydratmangel hat, wenn man wieder wie magnetisch vom Kühlschrank angezogen wird. Das sind genau diese Dinge. Oder wenn wir jetzt in den veganen Bereich reingehen, da sind oftmals viele Menschen, die einfach unter Mangelernährung leiden, weil sie einfach zu wenig Nährstoffe zuführen. Und genau diese Dinge können wir mit diesem Thema, das ich euch jetzt zeige, behandeln, unter Anführungszeichen. Und das Schöne ist, das ist einfach eine Grundlage, die in Wahrheit jeden von uns Menschen zur Verfügung steht, die aber, weil sie so einfach ist, scheinbar oftmals vernachlässigt wird. So, die Nicola schreibt, alles gut heute. Einen Daumen kriege ich auch von der Angelina. Das ist fein, sehr schön. So, das heißt, diese beiden Elemente, jetzt springen wir da rüber. Das Thema, beziehungsweise der unterschätzte Sattmacher, von dem ich heute eingangs gesprochen habe, das ist unser gutes, altes Protein. Unser gutes, altes Eiweiß. Und warum ich da sage, der unterschätzte Sattmacher, das habe ich euch für heute hier aufgearbeitet. Denn am Ende des Tages braucht es, wie gesagt, keine Zauberpülferchen, sondern wir müssen einfach schauen, dass wir ausreichend Eiweiß zuführen. Und wie gesagt, da spreche ich noch gar nicht über eine Sportnahrung und über Rocksports-Produkte, sondern einfach einmal über eine möglichst bedarfsgerechte, unverarbeitete Ernährung. So, damit wir noch einmal wissen und uns das klar wird, wie wichtig das Thema Protein, beziehungsweise Eiweiß heißt, oder ist, die Aufgaben von Protein, brauchen wir jetzt nicht alles im Detail durchgehen, die sind vielfältig. Der Hauptbestandteil unseres Körpers ist Wasser, der zweithäufigste Bestandteil, circa 15% über dem Daumen, ist Protein, beziehungsweise Eiweiß. Wir brauchen Eiweiß, beziehungsweise Protein, für unendlich viele Stoffwechselprozesse. Das ist am Ende des Tages ein wesentlicher Bestandteil und eine Überlebensgrundlage für uns. Ob das jetzt die Wachstumsprozesse sind, zum Beispiel Muskelaufbau, ob das Regenerationsprozesse sind, ob das die Teilung von Zellen ist, ob das einfach die Regeneration im Allgemeinen ist, oder die Enzymbildung für unsere Verdauung. Es sind so viele Prozesse, wo das Protein beteiligt ist, dass in Wahrheit kann man nur sagen, das ist lebensnotwendig. Es ist so. Warum? Weil der Körper im Wesentlichen aus 21 Aminosäuren besteht. Aminosäuren sind die Bestandteile, kann man sich vorstellen, wie die Ziegelsteine eines Proteins. Und ein Protein ist zum Beispiel, wenn Sie hier ein Stückchen feines Fleisch essen, und da sind Proteine enthalten, oder beim Rocksports Bioproteinpulver, sind sehr, sehr viele Proteine enthalten. So, und wenn wir die den Körper zuführen, dann werden die Proteine durch Enzyme in Aminosäuren aufgespalten. Das sind dann die kleinen Bestandteile, die in unserem Körper an die Stellen transportiert werden, wo sie gebraucht werden. So, und von diesen 21 Aminogenen Aminosäuren sind 9 essentiell. Essentiell bedeutet, wie der Name schon sagt, dass sie essentiell sind. Das heißt, dass sie der Körper nicht selbstständig produzieren kann. Wir müssen sie über die tägliche Ernährung zuführen. Tun wir das nicht, dann wird es irgendwann einmal eine Mangelernährung geben. So, und das ist im Grunde einmal die Basis von dem Ganzen. Ein weiterer wesentlicher Effekt, beziehungsweise Punkt, den man erwähnen muss, ist, dass es für Aminosäuren, beziehungsweise Protein, im Vergleich zu Kohlenhydrate und Fett, nahezu keine Speichermöglichkeit gibt. Es gibt zwar die Möglichkeit, beziehungsweise Aminosäuren werden im Aminosäurenpool gespeichert, unter anderem beispielsweise der Blutkreislauf, da sind die Aminosäuren unterwegs. Aber das ist jetzt nicht so, wie ein Kohlenhydratspeicher, der mehrere hundert Gramm bei uns im Körper beispielsweise darstellt, je nach Sportler wieder, je nach Körperkomposition, oder zum Beispiel Fett. Wir haben quasi unbegrenzte Fettreserven bei unserem Körper. So, im Protein ist das eben nicht der Fall. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Der Vorteil von proteinreicher Ernährung, beziehungsweise warum ich überhaupt Proteine zuhülle, ist so vielfältig und der kann mir genau bei diesen Punkten, erstens einmal Heißhungermangel-Ernahrung, aber auch bei dem Thema Diät und Wunschgewicht unterstützen. Und ich sehe einfach in der Praxis, dass viele, viele Menschen diesen Effekt nicht nutzen und eben auf der Suche nach irgendeinem Zauberpülferchen sind, dass es eben nicht gibt. Stattdessen, wenn wir darauf achten, dass wir einfach unseren täglichen Proteinbedarf decken, dann sind zum Beispiel diese beiden Themen, Heißhunger, Mangelernährung, die gehören der Vergangenheit an. Und das ist eben das Coole. Das ist so einfach, so naheliegend, aber die wenigsten Menschen tun es nicht. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte heute noch einmal extra dazu eine Rock-TV-Folge drehen, um das noch einmal zu verdeutlichen. Das heißt, ich wünsche mir oder möchte es euch ans Herz legen, einfach das einmal zu testen, einfach einmal den täglichen Proteinbedarf zu decken. Wie viel das ist, schauen wir uns jetzt gleich an. Jetzt einmal eine Frage in die Runde. Ist das bisher so weit verständlich? Lasst mir einmal einen Daumen da, damit ich weiß, ob das so einleitungstechnisch einmal für euch okay ist. So, Vorteile von proteinreicher Ernährung. Im Grunde, wenn ich ausreichend Eiwiss zuführe, dann weiß ich, ich habe im Grunde die Basics, die Grundlagen dafür gelegt, dass der Körper ideal funktioniert. Jetzt gibt es aber darüber hinaus noch ein paar Punkte, die erwähnenswert sind und die möchte ich euch jetzt zeigen. Punkt Nummer 1 zum Beispiel. Die Zufuhr von Protein stimuliert die Muskelproteinsynthese. Hier abgekürzt MPS. Muskelproteinsynthese ist im Grunde vereinfacht gesagt der Prozess, der hinter dem Aufbau von Muskelmasse steht. Das, was wir, wenn wir trainieren gehen, ja wollen, ist, dass unser Körper gekräftigt wird, dass unsere Muskelmasse steigt. Völlig egal, ob ich jetzt Kraftsportler bin oder ob es die Dame oder der Herr im Fitnessstudio ist, die sagen, hey, ich möchte alles ein wenig straffer haben. Am Ende des Tages liegt dahinter der Aufbau von Muskelmasse. So, und wenn ich mich proteinreich ernähre, kann ich dadurch die Muskelproteinsynthese stimulieren. Wenn die stimuliert wird, heißt es, im Hintergrund wird im Körper ausreichend Protein umgesetzt und idealerweise zum Beispiel aufgebaut in Form von Muskeln. Punkt Nummer 2, das ist auch etwas, was ich in diversen Diätvideos schon einmal beschrieben habe, ist der Thermic Effect of Food, der thermische Effekt des Essens. Das bedeutet, wenn ich Lebensmittel esse, muss der Körper eine gewisse Menge an Kalorien aufwenden, um das Zugeführte zu verstoffwechseln. Und das Spannende ist, diese Menge an Kalorien zum Verstoffwechseln, die unterscheidet sich in den Makronährstoffen. Das heißt, Kohlenhydrate, Fette, Proteine brauchen unterschiedliche Mengen an Energie, um verstoffwechselt zu werden. Beispielsweise beim Protein sind es 20 bis 30 Prozent der zugeführten Energie wird verbraucht, um das Protein überhaupt für den Körper verfügbar, in Anführungszeichen, zu machen. 20 bis 30 Prozent im Vergleich dazu Kohlenhydrate, kleiner, ganz niedriger, einstelliger Bereich, beim Fettsim irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent. Das heißt, im Vergleich sind Proteine sehr, sehr Kalorien aufwendig, wenn man es so beschreiben möchte. So, und der dritte Punkt ist, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, wo sich der ganze Kreis schließt. Wir hatten eingangs das Thema Übergewicht. So, wenn ich Übergewicht habe, dann möchte ich abnehmen. Wenn ich abnehme, mache ich eine Diät. Viele Menschen machen dann die Diät falsch und sagen, okay, ich mache die FDH-Diät, frisst die Hälfte. Ich mache die Diät, die, ja, ich reduziere einfach massiv die Kalorienzufuhr. Was entsteht dadurch? Heißhunger. Das heißt, der Körper lächzt einfach nach Nährstoffen. Man hat dann eben genau diese Fressattacken und so weiter. Das habe ich in der Vergangenheit, aber auch so regelmäßig bekomme ich da nachrichten, was da die Leute mit ihrem Körper anstellen. Genauso auch das Thema Mangelernährung, dass sich einfach dem Körper so wenig Nährstoffe zuführt, dass einfach seine Leistung immer weiter sinkt. Man wird immer müder, die tägliche Energie, das tägliche Energie-Level sinkt und so weiter. So, und wenn wir das alles erledigen wollen, müssen wir die Grundlagen erfüllen und eine davon ist, wie gesagt, dieses Thema Protein. Und das Protein hat nicht nur diese Vorteile, sondern auch Punkt Nummer 3 und da zeige ich euch jetzt auch noch ein Studienergebnis, der hohe Sättigungseffekt. Der hohe Sättigungseffekt bedeutet, dass Protein im Vergleich zu Kohlenhydraten und Fett, also die klassischen Makronährstoffe, das Protein am meisten beziehungsweise am besten sättigt. Das heißt, wenn ihr euch proteinreich ernährt, dann habt ihr automatisch auch einen besseren Sättigungseffekt, also wenn ihr weniger Protein habt, stattdessen zum Beispiel mehr Kohlenhydrate oder mehr Fett. Das hat man mittlerweile auch in Untersuchungen ganz gut festgestellt. Das heißt, proteinreiche Ernährung sorgt unter anderem auch zum Beispiel in der Diät dafür, dass ihr schlicht und einfach weniger Hunger habt. Wenn ihr besser gesättigt seid, führt sie auch unterm Strich weniger Kalorien zu. So, jetzt schauen wir mal, da ist der Daumen schon da. Sehr fein, freut mich. Beim Sättigungseffekt möchte ich euch jetzt noch einen Punkt mitgeben und zwar das sogenannte Protein-Leverage-Effekt. Leverage ist das englische Wort für Hebel und der Protein-Leverage-Effekt, der sagt im Grunde, das ist eine Theorie, die man in Versuchen mit Ratten schon ganz gut nachweisen konnte. Die Theorie hinter dem Protein-Leverage-Effekt ist, dass man sagt, Protein ist im Grunde der taktgebende Makronährstoff. So, und wenn wir uns jetzt proteinarm ernähren, sprich bei unserer täglichen Ernährung ist ganz, ganz wenig Eiweiß enthalten, ist die klassische Problematik bei Damen, die glauben, sie essen einfach immer den ganzen Tag nur Salat, wo natürlich wenig bis gar kein Protein dabei ist. jetzt haben die ständig an Hunger, futtern, 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 futtern und der Protein-Leverage-Effekt steht im Grunde dahinter und sagt, Protein, wie gesagt, der maßgebliche Makronährstoff ist Protein, und der Körper verlangt so lange nach Kalorien, bis er das Minimum des notwendigen Proteins erreicht hat, das wir zum Überleben brauchen. So, jetzt nehmen wir beispielsweise an, in unserer Mahlzeit haben wir nur 10% an Protein, wir brauchen aber zum Beispiel im Alltag 30-40%, dass wir unseren täglichen Proteinbedarf erreichen. dann wird so lange sozusagen gegessen, bis wir die erforderliche Menge an Proteinen haben. Das ist die Theorie hinter dem Protein-Leverage-Effekt, den man wie gesagt in Tierversuchen schon ganz gut nachweisen könnte. Das heißt, wenn wir uns von Haus aus proteinreicher ernähren, dann sind wir auch schneller gesättigt, weil der Körper weiß, hey, ich habe schon ausreichend von diesen vorhin zitierten 9 essentiellen Aminosäulen. Ich habe im Grunde alles, was ich brauche, damit ich meine körperinternen Prozesse unterstützen kann. Ich habe ausreichend für den Muskelaufbau, für mein Immunsystem und so weiter. Wenn ich aber zu wenig Eiweiß zuführe, dann versucht der Körper ständig durch das Hungerhormon Grelin beispielsweise, dass er da sukzessive Kalorien bekommt, um eben diese erforderliche Menge an Eiweiß zuzuführen. Extrem spannendes Thema, nur ein kleiner Side-Step, wenn das für euch interessant ist, schreibt es das unten in die Kommentare rein, dann machen wir vielleicht zum Protein-Leverage-Effekt mal ein eigenes Video noch. Extrem cooles Thema, wie der Körper das von selbst aus regelt. Extrem spannend. Und hier habe ich sicher geschrieben, Grelin, Leptin. Diese beiden Hormone steigern den Sättigungseffekt oder beziehungsweise triggern den Sättigungseffekt. Das Grelin ist eher das Hungerhormon, das habt ihr vielleicht schon einmal gehört. Das heißt, mit dem Thema Protein, mit diesem Sättigungseffekt, den hat man bis heute noch nicht vollständig identifiziert, über welche Signalwege, da gibt es noch das M-Tor beispielsweise, über welche Signalwege das Ganze im Körper dann tatsächlich für Sättigung sorgt. Es gibt auch Hinweise darauf, dass eine proteinreiche Ernährung bei uns im Belohnungszentrum im Hirn dafür sorgt, dass einfach wir uns unter Anführungszeichen bestätigter glücklicher fühlen, wenn wir das essen. Das heißt, da gibt es viele, viele Hinweise, die aber noch lange nicht dort sind, wo man sagt, man hat das vollständig erklärt. Das heißt, auch die Dinge, die ich hier sage, sind im Grunde nur mal erste Hinweise. So, und jetzt habe ich euch noch eine coole, feine Studie mitgebracht. Die ist zwar schon ein bisschen betagter, die ist aus dem Jahr, ich glaube, 1998 von der Kollegin Poppet und ihren Damen und Herren aus dem Team. So, und die haben sich angesehen. Zwölf schlanke Frauen und diesen Frauen hat man, ich übersetze jetzt einfach mal frei direkt aus dem Studientext, diesen Frauen hat man sogenannte Vormahlzeiten, so Pre-Meals serviert. Das heißt, man hat denen, bevor die Damen essen gegangen sind, hat man denen kleine Mahlzeiten gegeben, die man unterschiedlich zusammengestellt hat. Dort zum Beispiel eine Mahlzeit gegeben, die sehr kohlenhydratreich war und dann hat es eine Mahlzeit gegeben, die beispielsweise eher proteinreich war. Und da hat man dann festgestellt, dass statistisch signifikant die Damen, die eine proteinreiche vor der Mahlzeit gehabt haben, weniger Hunger hatten, nona net, Sättigungseffekt, plus, und jetzt kommt das Spannende, auch für die der nachfolgenden Mahlzeit, weniger Gusto hatten, beziehungsweise in Summe weniger Kalorien zugeführt haben. Und das ist im Grunde dieser ganz große Hebel, den man hat, da ich mit ausreichender Proteinzufuhr all diese Dinge erledige. Das heißt, ich habe keinen Hunger, ich bin gesättigt, ich fühle mich wohl, gleichzeitig gebe ich dem Körper die Nährstoffe, die er braucht, damit er gut arbeiten kann. Und all diese Dinge zusammenwirken dann gleichzeitig noch gegen die häufigsten Fehler in der Ernährung, dass ich zu wenig oder das Falsche esse, sprich Heißhunger als Ergebnis habe, das Thema Mangelernährung, wo ich einfach chronisch in einer Mangelernährung bin, der Körper im Stress ist und das nur und dann fängt es euch, indem ich ausreichend Eiweiß esse. Und wie gesagt, da rede ich noch gar nicht von irgendwelchen Shakes, sondern einfach, dass ich meine tägliche Ernährung proteinreich gestalte. Was das bedeutet, machen wir jetzt im Endspurt und zwar die Frage, was, wann, wie viel, das beantworte ich euch jetzt. Denn mir ist es wichtig, dass bei RockTV nicht nur coole Einblicke in verschiedene Themen gibt, sondern ich möchte auch wirklich praxisnahe, umsetzbare Tipps geben. Und was mir bei RockTV auch wichtig ist, all die Dinge, die ich da erzähle, habe ich zu einem gewissen Bereich schon selbst durchgetestet. Wie gesagt, für die, die mich regelmäßig bei meinen Wettkampfvorbereitungen begleiten, entweder hier auf der Rocksports Facebook-Seite oder ihr könnt es auch in der Rocksports-Gruppe vorbeischauen, dein Leben, dein Sport, da habe ich, ich glaube, mittlerweile vier oder fünf Diäten dokumentiert. Ich habe genau vorgestellt, wie ich da vorgehe und da spielt einfach Protein immer ganz ein wesentliches Thema. Und selbst bei einem Kaloriendefizit, und das waren die Höhepunkte in meinen Diäten von 900 Kalorien pro Tag, hatte ich dennoch keinen Hunger, weil ich einfach geschaut habe, dass ich das Protein entsprechend nach oben drehe und schaue, dass ich regelmäßig eine Proteinversorgung habe und dementsprechend immer gute Sättigung. Das ist natürlich nicht die volle Sättigung, die man kennt, wenn man keine Diäten macht, aber ich hatte nie wirklich Hunger. Und das ist einfach eine geile Sache, die man im Alltag umsetzen kann. So, aber jetzt kommen wir zum Endspurt. Es gibt, das ist für euch vielleicht extrem spannend, für mich auf alle Fälle, die International Society of Sports Nutrition, die ISSN. Und die ISSN ist im Grunde ein Zusammenschluss. Man kann sagen, das ist so wie die einheitliche Meinung im wissenschaftlichen Umfeld betreffend Ernährung und Sporternährung. Und die schauen sich regelmäßig unterschiedliche Nährstoffe an, unter anderem auch Protein, und geben dann Empfehlungen raus auf Basis der bestehenden Datenlage. Das heißt, die schauen sich im Grunde alles in Summe an und versuchen dann daraus allgemeine Leitlinien abzuleiten. Ist für alle Mann zugänglich. Das heißt, wenn ihr diesen Link haben wollt, schreibt es mir eine PN im Messenger. Ich schicke euch gerne den Link durch. Ist alles auf Englisch, aber ist sehr, sehr cool zum Lesen. Extrem spannend. Da ist so viel Wissen drinnen. Allein darauf basieren könnte ich wahrscheinlich 2000 RockTV-Folgen machen. Ja, und die sagen, die empfehlen eine Proteinzufuhr zwischen 1,4 und 2,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. So, die Zufuhr von Protein, die ist im Grunde immer davon abhängig, was man macht. Wenn ich null Sport mache, brauche ich natürlich weniger Eiweiß, als wenn ich jetzt so wie ich sehr intensiv und oft Sport mache. Aber man kann im Grunde sagen, der Durchschnitt hier zwischen 1,4 und 2,2 Gramm sind wir irgendwo bei 1,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Einfaches Rechenbeispiel, mein Körpergewicht knapp 100 Kilo mal 1,8 das heißt 180 Gramm Eiweiß pro Tag. Wenn Sie hier 50 Kilo habt mal 1,8 dann sind wir irgendwo auf 75, nein, sind wir sogar auf mehr, auf 90 Gramm Eiweiß pro Tag. Dann könnt ihr so ungefähr rechnen und dann könnt ihr auch schauen, okay, das ist die ideale Zufuhr, wie viel führe ich denn über meine tägliche Ernährung zu und dann kann man relativ schnell vergleichen und die Erfahrung zeigt leider, dass die meisten einfach deutlich drunter sind, sprich einfach nicht das Optimum zuführen und somit der Maschine unseres Körpers, wenn man es jetzt als Maschine vergleicht, einfach nicht alle Betriebsmittel gibt, die das braucht. Das heißt nicht, dass wir sofort tot umfallen, wenn wir das zu wenig Eiweiß essen, aber unsere Maschine läuft im Grunde nicht so effizient, wie sie könnte und das merkt man im Sport, das merkt man in der Regenerationsfähigkeit, das merkt man am Energielevel, Verdauung und so weiter. Ich habe das selbst alles schon durchgemacht und am eigenen Leibe gespürt. Das heißt, 1,4 bis 2,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und das ist im Grunde von der ISSN auch in dem Bereich abgesegnet und dann fängt es euch, wenn man das so will. Meine nächste Empfehlung ist, wenn ihr Eiweiß zuführt, dann schaut, dass diese Eiweißmengen über den Tag verteilt zuführt. Das heißt, Klassiker ist irgendwo vier bis sechs Mahlzeiten pro Tag. Und wenn man jetzt in meinem Fall ca. 200 Gramm Eiweiß pro Tag zuführt, vier Mahlzeiten, 200 Gramm durch vier, das heißt 50 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit, dann habe ich ungefähr ein Richtwert. So, wenn ich jetzt in der Früh, zu Mittag, am Nachmittag und am Abend jeweils 50 Gramm zuführe, dann habe ich über den Tag verteilt eine gleichmäßige Eiweißzufuhr und habe im Grunde immer eine gute Sättigung und versorge gleichzeitig den Körper in regelmäßigen Abständen mit Protein beziehungsweise Minusheulen und habe damit einfach ständig für den Körper was zur Verfügung. Punkt Nummer drei, habe ich schon erwähnt, ausreichend Eiweiß ist ideal für die Diät. Wer glaubt, dass man in einer Diät hungern muss, der hat es nicht verstanden. Natürlich gibt es die Hardcore Bodybuilding Diät, da gehört es dazu, aber das tun von tausend Leuten drei, die das wirklich so intensiv machen. Da reden wir auch nicht mehr von Gesundheit, sondern das ist dann Leistungssport. aber ich kann dazu sagen, wenn man einfach sein Wunschgewicht erreichen möchte, dann gibt es eine Diät, da hat man keinen Hunger. Denn das Problem ist, der Hunger ist das aller aller stärkste Gefühl. Der Körper will überleben und jeden, jeden Zweck beziehungsweise jedes Mittel ist da dann recht. Das heißt, du wirst nie gegen den Hunger gewinnen. Dementsprechend, wenn wir schauen, dass wir durch eine ausreichende Proteinmenge den Hunger vermeiden, gut gesättigt sind, dann haben wir im Grunde die Hausaufgaben erledigt. So, und der letzte Punkt, ausreichend Eiweiß ist jetzt nicht nur für die Diät gut, sondern, ich nenne es immer die Optimierung der Körperkomposition. Körperkomposition bedeutet, wie ist denn der Anteil des Körperfetts, Anteil der Muskulatur. Ich sage einmal, das typische Bild, was jedem von uns gefällt ist, wenn man sich im Spiegel schaut, im Adams- und Eva-Kostüm und sagt, okay, da sieht man ein bisschen Ansätze der Muskulatur, man möchte einfach fit, straff und gut ausschauen und davon oder damit kann man im Grunde durch die Körperkomposition, die Optimierung der Körperkomposition hinkommen. Und das funktioniert im Grunde ohne Diät, sondern dass man einfach sagt, okay, ich gehe regelmäßig ins Training, ich trainiere regelmäßig, ich sorge regelmäßig dafür, dass der Körper einen Reiz bekommt und für ausreichend Eiweiß zu und dann wird sich der Körper genau auf diesen Reiz optimieren. Und das ist dann einfach das Schöne, weil der Körper ist von Natur aus eben nicht übergewichtig, der Körper ist von Natur aus eben nicht fett, auf gut Deutsch gesagt, sondern der Körper ist von Natur aus schlank, effizient und gut. Und wenn wir dem Körper das geben, was er braucht, im heutigen Beispiel das Protein mit entsprechenden Mengen, dann wird sich die Körperkomposition anpassen. Da muss ich nicht einmal wirklich eine Diät machen, sondern da brauche ich nur unter Anführungszeichen meine Hausaufgaben in der Ernährung machen, meine Hausaufgaben im Training machen, sprich ausreichend Trainingsreiz herstellen und im dritten Fall natürlich Regeneration. Ich muss dem Körper auch Zeit geben zu regenerieren und am Ende des Tages sollte man das alles ja auch Spaß machen. Stichwort Mindset. Das gehört natürlich auch dazu. So, das war es im Grunde. Das war der heutige Ausflug und ich sehe gerade die Zeit verfliegt. Unglaublich. Das war der heutige Ausflug in einem sehr, sehr stark unterschätzten Sattmacher, das Eiweiß, das Protein. Jetzt habe ich noch zwei Empfehlungen für euch. Wenn ihr sagt, die tägliche Proteinmenge, die erreiche ich über die tägliche Ernährung nicht, dann ist meine Empfehlung, schaut, dass bei euren täglichen Mahlzeiten noch die Proteinschraube ein bisschen antritt. Und wenn ihr sagt, okay, das reicht auch noch nicht, dann könnt ihr euch gerne im Rockspots-Webshop umsehen und euch noch ein paar zusätzliche Proteinquellen sichern in 100% Bio-Qualität, wie es bei Rockspots üblich ist. Ob das unsere feinen Rockanossi sind oder ob das unser feinster Proteinshake ist mit echter Bio-Vanille, wie auch immer. Und der zweite Punkt ist, für die Menschen, die sagen, hey Chris, das ist mir alles klar, Theorie ist nett, aber ich schaffe es nicht in die Umsetzung. Für die gibt es bald was richtig Cooles, nämlich die Neuauflage vom Rockprinzip, das Mentoring-Programm, wo ich persönlich Menschen nur mehrere Monate hinweg begleite bei ihrer Transformation. Und da wird es bald so weit sein, dass ich euch das vorstellen kann. Das heißt, für die, die sagen, hey, das ist spannend, meldet euch, wir machen dann demnächst ein Gespräch, dann können wir schauen, ob das was für euch ist. Und da bekommt ihr wirklich genau die Begleitung hands-on, da zeige ich euch eins zu eins den Weg, den es braucht. Und eben nicht nur ernährungstechnisch und trainingstechnisch, sondern vor allem hier der mittlere Punkt ist das Thema Mindset-Routinen. Denn wie gesagt, in der Theorie wissen wir ja alle, dass wenn wir weniger essen, dass wir abnehmen. Nichtsdestotrotz sind 60% von uns übergewichtig. Das heißt, Theorie, bringt scheinbar nicht so viel, wie wir glauben. Theorie und Praxis, das müssen wir irgendwie zusammensetzen. Und das ist genau die Idee hinter dem Rock-Prinzip 2.0. Und das sind meine zwei Empfehlungen. So, und jetzt noch eine Frage an euch, beziehungsweise eine Bitte an euch. Jede Rock-TV-Folge erfordert sehr, sehr viel Zeit, die ich für euch gerne investiere. Mittlerweile seit 226 Wochen. Das ist, ich bin jedes Mal wieder verwundert. Und das mache ich nur deshalb, weil ich von euch so viel feines Feedback bekomme. Unter den Videos, in den Nachrichten. Und ich freue mich, wenn Sie ja heute hier im Kommentar Feedback da lässt. Wie hat euch das gefallen, wenn ein Mehrwert für euch da war? Lasst mir ein Herzchen, ein Like, ein Wow da. Lasst mir ein Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Und wie üblich, ihr könnt mal gerne eure Themenvorschläge, eure Fragen per PN zukommen lassen. Und wir werden das Ganze in unseren Redaktionsplan einfügen und dementsprechend daraus wieder die eine oder andere Rock-TV-Folge machen. Das heißt, ich freue mich über ein Herzchen, Like, ein Wow. Ich freue mich noch über einen feinen Kommentar. Jetzt schauen wir noch, da sind noch ein paar Kommentare da. Der liebe Frank schreibt, kannst du mir bitte das Foto von Bord schicken? Das machen wir. Genau für die, die sagen, ich möchte da noch einmal im Detail in Ruhe reinlesen in dieses Whiteboard-Foto. Schreibt es bitte, so wie es der Frank gemacht hat, in den Kommentaren. Ich schicke euch dann im Anschluss das feine Foto von Whiteboard durch. So, dann haben wir noch einen Kommentar vom feinen André. Der André schreibt, was ich auch schon oft beobachtet habe, ist, dass sich Diäten gut verkaufen mit dem Slogan minus 10 Kilo in 4 Wochen. Genauso ist es, das ist der Klassiker, der einfach suggeriert, dass man sagt, hey, 10 Wochen und deine ganzen Probleme sind erledigt, was natürlich nicht der Fall ist. Dann schreibt der André weiter, dass er weckt Aufmerksamkeit, weil man das unerkannte, unbekannte Superfood noch nicht kennt. Vielleicht klappt auch eine Gewichtsabnahme in kurzer Zeit. Doch sobald man dann minus 5 Kilo oder mehr abgenommen hat, bildet man sich ein, man könne genauso weiter essen wie zuvor oder minus 5 Kilo abgenommen, dann wird erst einmal eine Sanne Torte zur Belohnung. Ja, du sprichst im Grunde genau das an André, was ich seit vielen Jahren erlebe. Und weil die Wagen, schreibt er weiter, weil die Wagen am nächsten Morgen noch gepasst hat, die zweite Belohnung hinterher, habe ich halt schon beobachtet. Ja, ist genauso der Fall, aber das ist nicht, weil die Menschen blöd sind oder weil wir Menschen blöd sind, sondern weil wir einfach immer nach einer Abkürzung suchen. Die Sache ist die, dass die Lösung zu einer guten Ernährung zu einem fitten Körper eben, die gibt es nicht. Es gibt nur eine einzige Abkürzung in dem Bereich und das ist es, was ich vorhin mit dem Rockprinzip erwähnt habe. Ich habe diese Wege schon durchgeführt. Ich kann euch sagen, wenn sie die Wege noch nicht oder ihr Ziel noch nicht erreicht, ich kann euch genau sagen, wie man es macht und wie man es nicht macht. Ich habe das selbst schon in vielfachen Wegen probiert, getestet und gesehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Viel wichtiger ist aber, genauso wie es der andere schreibt, eben nicht nur diese Kurzzeiteffekte zu finden, denn ich sage mal, 15 Kilo sind schnell abgenommen. Die Sache ist aber die, wenn die Diät dann vorbei ist und ich esse wieder, so wie ich vorgegessen habe, naja, was passiert? Der Körper kommt wieder retour mit seinem Gewicht, klassischer Jojo-Effekt und der Körper sagt, hey, ich war jetzt in so einem Mangelzustand, für die Zukunft lege ich noch ein paar Kilo auf die Seite und das ist genau der Jojo-Effekt plus 3, 4, 5 Kilo mehr. Das ist das, was ich hundertfach, vielleicht sogar tausendfach schon gesehen habe und das ist genau der Grund, warum die Diätindustrie immer weiter boomt, weil die Leute keinen Erfolg mit diesen Kurzfristprojekten haben und immer und immer wieder dann retour kommen und dann kommt die nächste Zauberpille, das nächste Zauberpulverchen und vielleicht funktioniert es hier, vielleicht funktioniert es da. Und die langweiligste Form, wie man mit dem Thema Ernährung umgeht, sind eben genau diese Grundlagen, die ich immer wieder herunterbete. Die sind furchtbar langweilig, weil es einfach so lange dauert und weil man sich beschäftigen muss damit. Am Ende des Tages sind es aber genau diese Grundlagen, die funktionieren und alles andere geht nicht. Gesunde Ernährung, Gesundheit ist kein Sprint, sondern ein Marathon und die gesunde Physis ist die Basis von allem. Du kannst noch so super Geld verdienen in deiner Arbeit, in deinem Unternehmen, du kannst noch so viel privaten Erfolg, was auch immer haben. Wenn du nicht gesund bist, bringt das alles nichts. Da gibt es ein schönes Sprichwort, das heißt, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Genau so ist es. Das heißt, kümmern wir um diese Dinge, denn am Ende des Tages, wenn wir nicht gesund sind, wenn wir übergewichtig sind, daraus entstehen dann die klassischen Gesellschaftskrankheiten, koronare Herzkrankheiten, was auch immer alles, bringt uns das ja alles nichts, dann können wir diese herrliche Welt gar nicht genießen. Das heißt, wir müssen auf uns schauen, das ist unsere Verantwortung. Und am Ende des Tages, wie gesagt, gibt es keine Abkürzung, sondern wir kümmern uns genau um diese Grundlagen. Andere, sehr, sehr geiler Kommentar, vielen, vielen Dank. So, dann schreibt der Frank, ein super Thema, vielen lieben Dank, herzlichen Dank, dass du dabei bist, feines Feedback. Danke, gutes Thema, schönen Sonntagabend noch, den wünsche ich dir auch, liebe Nikola. Sehr cool wie immer, schreibt der Alfred. Du bist auch sehr cool, Alfred, wie immer. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen richtig feinen Abend, ich wünsche euch eine sättigende, proteinreiche Mahlzeit und sende herzliche Grüße aus dem feinen Rockstudio und wünsche euch für morgen einen richtig guten Start in die neue Woche. Zip.